Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa zockt Banished So hier wird zwar schön gewirkt, aber irgendwie kommt da nichts mehr rum. Ja die Food Reserve ist lau ich weiß Silber, jetzt kommt was rum. Okay Gut, aber Erntezeit beginnt. 30 von 45 noch. Boah, hier ist aber noch gar nichts passiert. Hier wird wenigstens mal was gemacht. Forrester Hauen wir mal 5 rein, dass ihr schon mal wenigstens anfangen könnt anzupflanzen hier. Irgendwer wird jetzt gerade 2 haben. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen sogar noch einen. Da kommt noch einer dazu. Stimmt. Ja, so ihr könnt Anfang anzupflanzen So, der Markt wird wieder aufgebaut. Yeah, warum das gibt es nicht drin. Baumwolle, 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 св,... Wolle, wwhat fein, wぶ ..., ohhhh ...., там haben wir nun eine dugende originalität... Hab ich nur denken verm waited um mir... Mantra, wir sind in der Karte alliances Wolle seinen hamburger wir haben schon 200 leute in der nahrungsproduktion in der grundnahrungsproduktion liegt das jetzt daran dass wir ... ah ... die education 316 das war nicht so stark an der education aber es ist natürlich auch hier ein wichtiger pfeiler weggebrochen für die nahrungsmittel genau hier an den feldern fehlt jetzt ein marktplatz ich hoffe wir können das handeln 49 40 so baust du jetzt hier schon was du hast noch nichts da du kannst auch keine silberpfändige basteln dementsprechend kannst du auch noch nichts machen ok wir haben 30 bauarbeiter die gerade irgendwie alle hoffnungslos überfordert sind das ist nicht viel das ist überhaupt nicht viel aber wir haben anscheinend die diphterie wieder in den griff bekommen steine geht hoch eisen geht hoch hier wird hart gearbeitet angeblich angeblich ok alles in ordnung sterben die Leute alle weg ahhhh das ist der wahnsinn das ist echt der wahnsinn 45 45 wenn wir wenigstens ein haus gebaut es wird wenigstens ein haus gebaut ja sowas abgebaut macht doch die liga jetzt hier fertig krieg schon gerade echt sorgen verhalten ich muss schon trinken wenn ich wüsste wo ich es hingestellt habe da ist es wir nehmen jetzt Lamba auch zum tauschen was sagt unser Lagerbestand von Lamba sehe ich es nur gerade wieder nicht Lamba 510 den wieder ran du machst Füllkomponenten können wir die auch vertauschen hier wo es war Kartex Füllkomponenten die brauchen wir auch nicht so wirklich die könnt ihr euch auch mal geschnappen so ist das Haus hier mittlerweile mal fertig ne sind welchem Obdachlosenheim durch den Brand ne die Familien waren schon ausgelöscht 1200 wie sieht es bei euch aus ich mache 1360 bisher und hier noch gar nichts Beef du bist hier voll am produzieren spürz hier wo die ganzen Farmer nur hier oben wo die Vorwester sind immer zwei Stück so ist es hier unten was fertig geworden immer noch nicht leute ich krieg die krise durch ok in kris baut zum geier das ist hier unten mit personen fällt weniger auf das stöden kommen so wir haben 100 prozent klaus 43 laborer ist mir zu wenig ich würde gerne nur noch höher noch viel höher wirken jetzt selber ops 60% du bist voll könnt ihr es hier hoch bringen oder bist du auch voll das ist auch voll shit ist auch voll könnt ihr es hier hoch bringen da hoch geht es noch es wäre nicht schlecht wenn der mal fertig werden würde hier bitte den auch noch du hast hier unten ja wahrscheinlich nichts wie viel müsste noch 6 von 28 hier ist aber fertig auf den kleinen machen wir 2 drauf kürchen kürchen wie sieht das mit dem marktplatz hier aus und hier ist wenigstens schon mal ein haus fertig geworden meine güte wenigstens mal ein es war nicht das haus ops 1 fertig geworden kann ich mir nicht vorstelle ist noch gar nichts passiert ach so ja klar der ort schon auch hier wieder 1 4 auf den großen 4 auf den kleinen 2 müsste passen du hast wenigstens ein arbeiter und du hast auch ein arbeiter und du hast null arbeiter und hier unten wahrscheinlich nur noch keine rohstoffe geliefert worden sind ja sind die voll ich hab's gewusst ich hab's gewusst so da pimmelt wenigstens einer rum wenigstens einer macht seine arbeit äh grafen 60.000 schafft man dies ja nicht ganz 40 inventory weizen mehl geht runter gut 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 zählt mehl sogar vielleicht auch als nahrungsmittel 20 könnte sein aber eigentlich nicht aber es könnte sein so äpfel kirchen auf den kleinen kommt ja kirchen chestnuts und hier kommen dann aprikosen hin und hier unten dann wieder äpfel so aber hier kommen wir jetzt schon mal jetzt die wege heransetzen da noch nicht da geht's auch noch nicht jetzt cherry chestnut aprikosen und apple mach doch mal dass da oben ist lange mal fertig der kann weiter du kannst es in sich fertig gemacht werden wunderbar dann sind unsere labor sogar hier schon dran so 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 kleines feld kleines feld kleines feld großes feld so apple kirchen chestnuts aprikosen 42 und ein merchant ham cotton jahle perlen silber pfennig tut mir leid brauchen wir nichts von hast du hier irgendwas interessantes was wir bestellen können auch das nicht gut und tschüss und apple und 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 Big. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, weil mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, ich war der Opa und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.